Oh, was hast du denn da gebaut? Was ist das denn? Nein, das ist zur Technologieerforschung. Okay, und was soll gebaut werden? Das habe ich schon. Verdammt, die Wand, natürlich. Ach, hab ich gar nicht gecheckt. Tommy, an der Stelle, wo ich jetzt auch bin, auch eins. Auch eine Mauer? Ja. Und das reicht für die Seite. Einfach vollständig aufbauen. Ist okay, krieg ich hin. Lässt euch aber Zeit hier. Okay, ich werde dann die Seite nochmal ausbauen, weiter bis zum Pennerlager. Und du kannst derweilen da... Also rein theoretisch... Dich links austoben. Ja, links bräuchte ich quasi eine Ritterschaft. Ja, dann bau dir welche. Das ist doch meine Idee. Mach ich das doch mal. Schade, Kaffee leer. Na gut. Tommy, hast du gerade das Portal aktiviert? Nein, nein. Es wird gerade Nacht. Oh, und die sind noch nicht da. Ja doch, das wird schon. Pass auf, das wird schon. Tommy, das wird ganz traurig enden. Das wird überhaupt nicht traurig enden. Pass auf. Das wird alles gut sein. Das wird alles gut sein. Ja, wird spannend. Wird sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, wir haben sie im Sack. So, jetzt sind sie stinksauer. Jetzt sind sie stinksauer. Also, ich habe schon eine Bombe für dich bastelt. Das ist sehr liebensgewürzig. Ich passe mal auf, dass meine Schar gerade noch durchkommt. Nicht, dass sie von hinten weg ist. Also, jetzt sollte, glaube ich, dann die Welle kommen. Ja, bei dir oder bei mir? Eigentlich bei jedem. Bei dir. Weil Hauptportal ist ja auf deiner Seite. Ja. So. Ich gucke mir die Angriffe immer gerne an. Aber komm bitte nicht zu nah da vorbei. Oh, schon vorbei. Nee, 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 nee. Das ist nur die Nachtwelle. Glaub. Glaube ich. Ja, komm einfach auf meine Seite. Ich komme rübergewackelt. Ich bin nur ein bisschen näher ran. Ich packe mich, glaube ich, mal kurz hier hoch. Siehst du? Vorübergehend. Ja, ja, weil ich bin... So sieht man... Der hat mich jetzt gehauen und ich habe Münzen verloren. Ja, ist okay. Ah, spannend. Und wenn die Viecher ihm zu nah kommen, dann verlieren sie ihre Ritter. Nicht schlecht. Attacke, Freunde. Attacke. Ich habe den Jingle heute noch gar nicht gespielt. Attacke. Ich glaube, jetzt, wenn wir hier fertig sind, wird es am linken Portal so richtig die Post abgeben. Oh, da müssen wir schnell rüber reiten. Äh, du. Ich nicht. Ich merke das schon. Das sieht sehr spannend aus, was die da machen. Aber das braucht tatsächlich länger, ne? Ja. Ja, die haben ja auch kein Upgrade. Ja, wenn die es aufs Maul bekommen, müssen wir dann wegschauen. Weglaufen. Ja, das passt schon. Und wieder neu rekrutieren. Wieso? Warte, 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 warte. Komm mal. Da baue ich das Leuchtturm. Ah. So, perfekt. Guck mal, Leuchtturm. Ich kann die ganze Upgraden. Ja, kannst du machen. Ja, ich kann die da machen. Stark. Ja. Wir haben Leuchtturm. Ja. So, jetzt sind die aber stinke sauer. Das heißt, äh, wir wackeln mal, oder ich wackel mal rüber. Okay, wir haben es geschafft. So, ich guck mal nur mal grad, äh, ja, das sieht doch alles heiler aus hier drüben. Ja. Ja, wunderbar, dann können wir los. Ja. Okay, Ben habe ich rekrutiert. Dann sind wir fertig. Dann sind wir hier fertig. Oh, yeah. Wollen wir dann erst mal auf die erste Insel? Kann man versuchen, ja. Ja, sag nur dafür, dass dein Beutel voll ist. Ja, mein Beutel ist voll und man sieht ihn. Oh. Ich weiß nicht, ob es vielleicht für's, äh, für das Spektakulär irgendwie die dritte Insel vielleicht schon mal gut wäre. Ja, weil ich würde gern bis die erste Insel ausbauen. Ja, dann lass uns die erste Insel ausbauen. Und halt, äh, Mount für mich holen. Und den Ballistenman brauchen wir auch. Also die Trümer halt, äh, Richtig gut sind. Okay, jetzt hast du die erste Insel gewählt. Ja, tatsächlich. So, ich muss, ich muss bauen. Ich muss, äh... Siehst du, also sie haben jetzt eine, äh, Mauer zerstört. Auf der rechten Seite. Ja. Die bauche jetzt wieder auf. Äh, gleiche. Äh, linken Seite. So. Ja. Aber auch nur, weil das alles Holz war, ne? Ja. So, dann baue ich nämlich jetzt hier, äh, auf der linken Seite auch mal weiter. Wir können ja jetzt alles, äh, alles, alles, ähm, upgraden, ne? Und wenn ich, ach genau, dann kann ich ja rein theoretisch, wenn ich jetzt hier den, äh, den, 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 den Piepmaster habe, dann kann ich den Piepmaster aufheben, ne? Huch, da ist er ja schon. Ich hab hier einen Piepmatz. Jupp, dann würde ich mir gerne später holen. Ah, hast du schon. Aber den kannst du dann ja bezahlen, ne? Da muss man ja Geld reinwerfen. Ja, ja. Ah, das ist cool. Ja, den kannst du haben, wenn du magst. Äh, ja, es ist alles besser als Pferd. Ja, ja, ist recht. Rein theoretisch. Oh, also ich hab, äh, genug Steine, glaube ich, für Bogenschützen. Ja, dann hol ich mal die Brüche. Ja, beziehungsweise ich hab, ich hab drei Steine, du solltest jetzt, glaube ich... Ich hab noch einen da, ich hab noch einen da, dann passt das. Äh, könntest du ihn bitte, äh, in die Truhe stecken? Ja, krieg ich hin. Äh, weil dann hol ich ihn und, äh, upgrade. Äh, die Bogen schützen. Ja, du könntest... Du könntest mir, aber ich bin ja hier am Bogen schützen. Ich bin ja hier direkt davor. So. Schnupf, 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 schnupf. Schnuff, 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 schnuff. Schnuff, schnuff. So. Kann dieser Riesenadler eigentlich fliegen oder läuft der nur? Äh, der läuft nur. Aber der kann mit den Flügen flattern und die Viecher wegwehen. Okay. Äh, so. Steck den rein. Oh, es hat nicht geklappt. Warte mal. Ja, okay, warte, dann habe ich halt. Ja. Äh, könntest du bitte dann, äh, die Mauer bis Ende upgraden? Natürlich. Ich kann das mehr. Natürlich, natürlich. Und ich glaube, wir bräuchten, ach so, wir brauchen noch eine Katapulte. Kriege wir alles hin, haben wir alles hier. Es ist alles gut, Eddie, alles gut. Du brauchst keine Angst mehr haben. Was ich hier gerade so ein bisschen semi-gut finde, ist, dass wir keine Türme bauen können. Das passt schon. Damit können wir leben. So, okay. Also, an dieser Insel können wir auch mal ein Leuchtturm aufstellen. Ja, können wir machen. Aber dann müssen wir das Schiff nicht reparieren, wenn wir wieder herkommen. Ja, das ist okay. Dann, äh, lass uns das machen. Dann schnappe ich mir jetzt nach der Welle direkt die Ritter. Weil dann haben wir auf der linken Seite clean. Dann ist da vorbei. Dann, äh, lass uns das machen.